Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kick-Off zum nächsten Trikot-Ranking. Heute dreht sich wieder alles um die UEFA Champions League und nachdem wir ja schon alle Trikots einmal beurteilt haben, die die Teams meistens auch dann anziehen werden, gibt es natürlich in Summe noch viel, viel mehr Trikots in der Champions League, bedingt durch Auswärtstrikots, durch die dritten Trikots, durch besondere Champions League Trikots und all die habe ich mal in Pott geschmissen und für euch die 10 hässlichsten Trikots der Champions League rausgesucht. Natürlich geht es auch hier wieder nur um meinen persönlichen Geschmack, was jetzt von diesen zig Trikots die 10 hässlichsten sind und meine eigene Meinung wird auch dieses Mal logischerweise nicht jeden von euch widerspiegeln können. Trotzdem ein durchaus interessantes Thema, wirklich nur in einem Video auf die 10 hässlichsten draufzuschauen, aber natürlich machen wir das Ganze auch nochmal andersrum mit den 10 schönsten Trikots in der Champions League. Sachlich ist die ganze Geschichte nicht, aber natürlich könnt ihr auch deswegen mal gerne erst recht eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, wie schön oder hässlich ihr die 10 Shirts findet, die ich euch jetzt mal präsentieren werde und ich würde sagen, wir gehen rein ins Ranking von Platz 10 bis hin zu Platz 1, wobei natürlich der erste Platz der schlechteste ist in diesem Falle. Und Platz 10 hat sich Manchester City verdient, sprich von den 10 hässlichsten Trikots noch das schönste, aber trotzdem halt schon nicht wirklich schön. Das Heimtrikot in Himmelblau, wie man es ja gewohnt ist, macht ja durchaus was her, aber das finde ich kann man vom Auswärtstrikot nicht zwingend behaupten. Auf den ersten Blick finde ich geht es sogar, aber wenn man es sich ein bisschen näher anguckt, dann irgendwie halt auch nicht. Also diese rote Querstreifen auf schwarzem Grund wirken meiner Meinung nach nicht zwingend. Es gefällt mir überhaupt nicht. Liegt vielleicht auch daran, dass wir das Muster wirklich nur auf der Vorderseite haben und es sich eben nicht bis auf den Rücken weiterzieht. Die gelben Akzente sind zwar einheitlich, sprich Puma-Logo, Ärmelsponsor, Clubwappen und eben auch Hauptsponsor, sind alle dann in diesem Gelbton gehalten. Das finde ich gut, sonst würde es überhaupt nicht wirken. Aber wenn ich halt dieses Trikot sehe, würde ich halt vom ersten Moment dann niemals daran denken, dass das zu Manchester City gehört. Es passt, finde ich einfach nicht und steht deswegen hier auf Platz 10 der unschönsten Trikots. Und so unauffällig das Heimtrikot des FC Kopenhagen ist, umso krasser und auffälliger ist das dritte Shirt. An sich, jetzt mal rein grundsätzlich, ist es ja schlicht gehalten. Wir haben eine Hauptfarbe und dann ein paar dunkelblaue Akzente am Kragen und eben auch bei den typischen Adidas-Streifen. Aber diese besagte Hauptfarbe, die halt wirklich nahezu alles ausmacht, die ist halt schon grell, sehr grell. Ob das jetzt Pink ist, Magenta, was auch immer. Es ist eine Farbe, die für mich halt nichts mit Kopenhagen zu tun hat. Wir sehen ja im Logo, es gibt neben Blau und Weiß auch noch den Farbton Rot. Aber Rot ist halt dann doch nochmal was anderes als Pink oder Magenta. Mit dem dunkelblau ist es, finde ich, noch ganz gut kombiniert. Aber einfach nur, wenn man dieses Trikot sieht, dann denke ich mir teilweise schon so, uff, muss sowas jetzt in der Champions League wirklich eine Mannschaft tragen. Und auf Platz 8 haben wir ein Trikot, was wir schon kennen aus dem Champions League Trikot Ranking und zwar von Ajax Amsterdam. Denn logischerweise habe ich auch dort von Platz 32 bis Platz 1 alle Mannschaften durchgerankt. Und auch da waren schon nicht so schöne Shirts dabei. Letztes Jahr, wie auch schon im Trikot Ranking der gesamten angerissen, hatte ja Ajax dieses unfassbar geile Bob Marley Trikot. Und jetzt halt das. Es gibt eine Grundidee und die hier erkläre ich auch nochmal ganz kurz. Es ist nämlich, was wir sehen, eine Fusion aus einem vertikalen Streifen in den Farben der Amsterdamer Flagge und eben auch links und rechts so sind Silhouetten der berühmten Street-Fußball-Courts, wodurch eben dann die boomende Amateur-Fußball-Szene gefeiert werden soll. Also grundsätzlich erstmal eine ganz coole Idee. Aber was bringt dir eine coole Idee, wenn die Umsetzung halt Mist ist und das Trikot einfach überhaupt nicht schön ist? Denn die Farben passen halt erstmal überhaupt nicht zusammen. Ich kann den Ton links und rechts immer noch nicht so richtig beschreiben. Klar, die Amsterdamer Flagge ist halt braun und rot, aber dann musst du sie halt irgendwie anders mit dem Rest kombinieren oder halt den Rest einfach anders machen. Und on top, was man jetzt hier nicht sieht, trägt man dazu auch noch offiziell eine schwarze Hose und die macht es echt nicht besser. Und beim Blick auf Platz 7 wird einem schon so ein bisschen schwindelig, oder? Also hier beim FC Liverpool. Wir haben ein weißes Grundtrikot, der Reds. Und dieses hat halt irgendwie so ganz komische Akzente. Also mir fällt es schwer, das Muster zu beschreiben. Mir fällt es auch schwer, die Farben zu beschreiben, weil wir teilweise in manchen Elementen gefühlt alle Farben haben, die es so gibt. Manchmal haben wir dann wieder nur relativ gräulich gehalten. Also dieses Trikot ist ganz schwer zu beschreiben. Ich habe keine Ahnung, was man sich dabei gedacht hat. Aber auf den Bildern wirkt es meiner Meinung nach komplett schrecklich. Wir haben natürlich hier wieder diesen typischen, diese Saison gültigen Nike-Schulterbereich, der abgesetzt ist, der halt das gleiche Muster hat, aber da fängt es nochmal neu an. Und allein dieser Übergang, der ist halt einfach nur schrecklich, weil es ja keinen Übergang gibt. Und das ist also, also puh. Liverpool, schönes Heimtrikot, aber das ist echt Müll. Und Müll ist und bleibt auch das Trikot für mich von Juventus Turin. Hatte ich ja auch schon im Trikot-Ranking angerissen. An sich hat man ja hier wieder dieses grundlegende Juve-Trikot. Weißer Untergrund und dann eben schwarze Streifen. Aber alle paar Jahre wandelte man halt die klassischen schwarzen Streifen in irgendwas anderes Verrücktes um. Und in diesem Fall halt auch. Wir haben theoretische Streifen, die aber so ganz komische schwarze Elemente sind. Und auch die kann ich gar nicht beschreiben, was das genau sein soll, was es überhaupt ausdrücken soll. Aber was ich auf jeden Fall immer noch sagen kann, dieses Trikot gefällt mir überhaupt nicht. Und hat sich diesen Platz bei den 10 hässlichsten Trikots auf jeden Fall verdient. Und das hat sich auch Real Madrid verdient. Erst einmal, ich habe im Internet jetzt nichts gefunden, was das Design irgendwie beschreibt. Oder was das Design ausdrücken soll. Was es bei mir ausdrückt, ist auf jeden Fall keine Freude. Also der lila Ton erstmal, der vielleicht zu Real Madrid in einem gewissen Maße passt, passen könnte. Weil man ja auch im Logo zumindest diesen Blauton hat. Der ist für mich viel zu blass. Also es sieht einfach sehr, sehr blass aus, dieses Trikot. Es macht gar nichts her. Und dieses Muster. Ich habe echt keine Ahnung, was das Muster sein soll. Teilweise sieht es aus wie ein Sollendiagramm. Dann teilweise wieder wie eine Berglandschaft. Keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall macht es dieses Muster halt überhaupt nicht besser. Sondern eher im Gegenteil noch schlimmer. Und deswegen wäre das ein Trikot, was ich mir als Real Madrid Fan auf keinen Fall kaufen würde. Und auch ein paar Kilometer weiter bei Atletico Madrid gibt es das Heimtrikot, was ich mir als Atleti Fan auf keinen Fall kaufen würde. Auch das kennen wir schon aus dem ausführlichen Champions League Trikot Ranking. Auch das letzte. Gleich genommen mal drei, die wir noch gar nicht gesehen haben. Und auch hier haben wir ja eigentlich klassische Streifen in Rot und Weiß. Und jetzt halt dieses komische Design, bei dem ein schon so ein bisschen schwindelig wird. Und auch hier Nike typisch abgesetzter Schulterbereich macht es halt nicht besser. Was das auch nicht besser macht, sind die Verkaufszahlen. Denn es ist wohl, wie man hört, das schlechteste verkaufte Trikot der Vereinsgeschichte. Und wie ich finde, auch vollkommen zu Recht. Die Fans sind verärgert. Auf dem Platz sieht es einfach nicht geil aus. Also was man sich dabei gedacht hat, wer das erstellt hat, der sollte nicht nochmal ein Trikot für Atletico Madrid entwerfen. Und ja, das tut dann doch schon so ein bisschen weh beim Hinsehen. Der FC Porto mit dem Auswärtstrikot. Und erstmal ganz wichtig, es ist logisch, dass nicht jedes Porto-Trikot blau sein kann. Man braucht natürlich auch Alternativen, aber diese Alternative ist dann doch schon hart. Das Muster, was wir hier sehen, das hat man glaube ich auch schon mal irgendwo anders beim Trikot gesehen, finde ich gar nicht mal so schlimm. Aber es hätte auf den Ärmeln vielleicht auch noch weitergehen müssen. Was aber schrecklich ist, und ich glaube, da stimmen mir auch viele zu, sind diese Gelbtöne. Wir haben natürlich bei dem Muster einen dunklen Gelbton und der Rest ist halt so ein, ja wie soll ich sagen, Vanille-Gelbton oder so. Also auf jeden Fall ist es schrecklich. Und vor allen Dingen dieser Absatz an den Ärmeln, der erstmal relativ groß gehalten ist und fast ins Weiß reingeht, aber auch noch so einen dreckigen Gelbton mit drin hat. Das ist halt echt schon eine schräge Kombination. Und deswegen ein echt unglaublich hässliches Trikot, das hat sich das Podium auf Rang 3 auf jeden Fall verdient. Und auf jeden Fall hat sich auch verdient, dass Manchester City von den 10 hässlichsten Trikots zweimal vorkommt. Und das auch vollkommen zu Recht. Erst einmal grundsätzlich dieser Gelb-Grünton, sucht euch was aus, wie ihr ihn selber beschreiben wollt, ist für mich eine Katastrophe. Und dann haben wir eben noch eigentlich ein langweiliges Muster mit den schwarzen Balken. Und wahrscheinlich hat man sich das selber dann auch gedacht im Designbüro. Oh, es ist ja ein bisschen langweilig. Lass uns an diesen langweiligen schwarzen Balken nochmal irgendwas machen und ein bisschen aufhübschen. Und ja, man hat halt dann diesen Verlauf, der endet an den schwarzen Balken, an den Seiten irgendwie dahin geklatscht. Also wer auch immer diese Idee hatte, der gehört echt weg von Design-Trikots und sollte irgendwas anderes designen. Also das macht er das Trikot noch hässlicher. Also alter Schwede, wie sehen diese schwarzen Balken am Ende aus? Also das ist wirklich sowas von schäbig und deswegen auch vollkommen zu Recht Platz 2. Aber es wird nochmal getoppt. Und wir bleiben in England bei den Tottenham Hotspurs. Das ist nochmal was ganz anderes irgendwie im Vergleich zu City oder Porto, weil es vielleicht am ersten Blick unauffälliger ist. Aber es ist halt einfach nichts. Es ist nichts Besonderes. Es ist nichts Schönes. Es ist nichts. Das Logo, das Vereinslogo und natürlich auch das Nike-Wappen ist jetzt hier mal zentral. Das ist okay, das ist mal was anderes. Warum nicht? Ja, kann man machen. Aber diese drei Farben, die man da kombiniert, die sind schon mal scheiße. Und wie man sie dann designtechnisch kombiniert, das halt erst recht. Wir haben hier, und das ist vielleicht auch das große Problem, diesen typischen Nike-abgesetzten Schulterbereich. Ihr merkt bei allen Trikot-Rankings, ich feiere ihn einfach überhaupt nicht. Aber wenn man ihn dann halt schon macht, dann sollte man nicht mit den Farben so hin und her spielen, sondern ihn vielleicht dann einfach in diesem Falle einfarbig machen. und dieses Gelb-Grüne da nicht noch irgendwie oben am Hals einbauen. Also das ist wirklich eine Vollkatastrophe. Das Trikot ist eh langweilig, ist es nicht schön. Aber hätte man diesen einen Gelbfleck da oben, zumindest schwarz gemacht, wäre es besser. Aber so ist es das hässlichste Trikot der Champions League Saison 22-23, weil es einfach es schafft, trotz langweiligem Muster so unglaublich hässlich zu sein. Und somit haben wir jetzt mal die, ja wenn man so will, Top 10 der hässlichsten Trikots oder sagen wir es anders, die Flop 10 der Champions League Trikots gerankt und ich bin echt gespannt auf eure Meinung dazu. Auch sowas macht mal ein bisschen Spaß. Ich beleidige damit ja auch jetzt keinen Menschen, sondern einfach nur das Trikot und sage, dass vielleicht der Designer was anderes machen sollte. Deswegen, ich hoffe, ihr versteht das alles ein bisschen, dass auch ein bisschen Spaß erlaubt sein sollte. Am Ende aber auch nicht mehr, nicht weniger. Und deswegen interessiert mich nun eure Meinung zu meinem Ranking und schreibt mal gerne eurer Ranking in die Kommentare, was ihr wirklich nicht gut findet in der aktuellen Saison vom Designer, wo ich aber vielleicht doch einen ganz anderen Geschmack habe als ihr. Vielleicht habt ihr sogar hier bei den 10 Trikots eins dabei, was ihr richtig schick findet. All das mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Tschüss! 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 Dietmar